Guten Tag, ich bin Peter Johannes Hensel und ich bin Gründer und Leiter des AstroPolarity Ausbildungs- und Beratungszentrums in Berlin. Ich habe neben den vielen Seminaren und Ausbildungen, die ich vor Ort in Berlin und in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz abhalte, aber auch seit 25 Jahren eine Fernschule, eine AstroPolarity Fernschule. Und alles Material, was dort im Laufe der Zeit gesammelt wurde, im Sinne von kompletten Ausbildungen, Aufzeichnungen von Workshops in vielfältiger Weise, das wird vertrieben von der Firma AstroVitalis bzw. meinem Freund Martin Reiter. Sie können sich hier auf dem YouTube-Kanal sehr viele Videos, also es sind glaube ich fast im Moment 300 Videos, anschauen und zwar frei verfügbar anschauen, zum Teil mit sehr erheblicher Länge, um einen Einblick darin zu bekommen, wie andersartig, wie einzigartig die AstroPolarity Lehre, abgekürzt APL, im Verhältnis zur herkömmlichen Astrologie ist. Da können Sie Themen sehen über die astrologischen Archetypen bzw. den Tierkreis, über Elementen- und Quadrantenlehre, über Vertiefung der Konstellationsbilder, über Deutungslehre, über Prognostik und über die astrologische Medizin, die auch innerhalb der AstroPolarity Lehre eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also informieren Sie sich darüber und lernen Sie dazu, ganz egal ob Sie vollkommen am Anfang der Astrologie stehen oder ob Sie möglicherweise sogar geprüfte Astrologe sind, das spielt alles keine Rolle, denn die AstroPolarity Lehre ist im Vergleich zur herkömmlichen Astrologie vollkommen anders und einzigartig und ich freue mich, wenn Sie da Gefallen dran finden und das vertiefen wollen, Ihr bisheriges oder zukünftiges Wissen und vielleicht sehen wir uns ja sogar persönlich mal bei einem Seminar. Alles Gute Ihnen!